Ratsch. 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 Super. Yo. Jo, den dürfen wir gleich raushauen. Tschüss. Ich hab einen. Wie mag's raus? Naja, hat's überhaupt jemand der Agro gezogen? Keine Ahnung. Ich hatte Agro, ja. Ja, danach, aber das war nicht. Ich hab einen. Ich hab einen. Ich hab einen. Ich hab einen. Ja, ich hab einen. Ich hab einen. Sags, du kannst ruhig vor mir laufen. Achso. Felt doch doch, sicherstich haben sie. Naja, deswegen, sag ich's ja. Pfff, da war ich nicht vor. Kürzlich tanken. Garmin. Max raus. Ich bin bestreut. Das war knapp. 1. 1. 2. 7. 8. 10. 11. 11. 12. 13. 14. 16. nochmal teasen, soll ich? Jo Halt ihn mal Ich hab... Feuzen Garmin Hm Da näher, ja Au Ja 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 Crazy Ja Ja Du kannst doch nach innen kommen Jo Ich bin so weit aus Gegen Leute eigentlich außen laufen Du stellst mir eine Dalla ist rein Aber das ist jetzt zu spät Na Tolly? Als Hunter gehst du normalerweise auf Außenposition Weil? Weil du ein Speedbox hast zusätzlich Weil du ein Speedbox hast zusätzlich Weil du ein Speedbox hast zusätzlich Weil die Klinge auch mehr Da sind wir auch hier oder? Ja Ja der muss da hinten Ja der muss da hinten Oh Gott T-Stand Ja du Luffy ne? Ayo was war das denn? Gehen den Dinky Jump Man kann durch da diesen Feuer jumpen Ja genau Ja genau Da musst du deinen Death-Skill anmachen Muss raus Ja ich bin tot Hatte keinen Kräuter Was steht da drin? Ja 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 Ich hab da 7 Handschuhe Oh cool Jetzt auf 120 oder? Ja Warum will Crazy God traden? Oh mein Gott der ist wegen wieder Oh War es ein 100er ja ne? Ja 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 Ja